Willkommen zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Ein Platin-Schwert, plus 8 für die 8. Ebene. Wer ist das, die 7.? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber vorerst, wie gesagt, schalten wir die Schwierigkeit auf leicht. Lassen Sie uns einfach da. Natürlicher Duft. Aha. Das ist also Maliks Ebene hier. Ich hätte gerne einen Gegner. Weil Feinde-Steckung über 130 ist nicht schön. Sollte ich vielleicht mehr Licht benutzen in dieser Ebene? Eine Rune-Wurf-Klinge. Ich glaube, ich brauche sogar eine Rune-Wurf-Klinge. Oh, oh, oh. Bevor ich euch besiege, einmal kurz Feinde-Schwächen bitte. Ah, 30%. Egal. E-Arts, Bestie... Moment, du bist alleine. Bestie-Versteinerung und Shee. Was auch immer jetzt noch Shee ist. So, dann nehmen wir den Diabolischen Zorn wieder weg. Hm, du hattest jetzt Verbrennung, oder? Hatte ich irgendwo vielleicht Versteinerung? Ich glaube, ich nicht. Hm. Shee... Wanda kriegt gerade Streuer, aber... Ist doch... Ach, ne, wie bist du... Wenn du nicht allein bist, warum konnte ich eben nicht wechseln? Das ist echt merkwürdig. Oh, komm, das sind drei Gegner. Jetzt wundert es mich noch mehr, warum ich nicht wechseln konnte. Nee, es sind wieder vier Gegner. Okay, das kann interessant werden, diese Ebene. So, dann einmal wieder in den Sperrlo. Das ging schnell. Oh, auf leicht 60.000 Erfahrungspunkte. Ja, gut. Und ja, auch vier Gegner. Dieses Mal. So, die sind ja auch noch mit. Das ist die kleine Städte wieder unten. Dann würde ich einfach mal sagen, Eis da einzahlen. Wenn ich treffen würde und es da hätte. So. Ja, wird abgeklappt. Dann hoffe ich mal, dass wir hier schneller durchkommen, als in der letzten Ebene. Wäre nice. Hau doch nicht ab. Äh, das war ein Angriff von dem. Nicht blocken, Fries. Dann brauchst du dann alles zu blocken. Das wäre nice. Ich weiß nicht, wie viele. Jürgert hat nun auch endlich 100 Titel. Wurde auch Zeit. Wie viele Gegner das jetzt waren für über 100.000 Erfahrungspunkte. Aber holy moly. Das hat lange gedauert, Jürgert. Und du warst fast permanent im Kampf, okay? Scharlach, Salve, Meister. Also, das heißt, theoretisch könnte ich ihm alle Arzt wiedergeben, aber da wir Titel haben wollen, lassen wir das mal. So. Ich könnte mich ignorieren. Weil die Feinde stärkig ist noch im guten Bereich. Unnötig viele müssen wir ja auch nicht besiegen. So lassen wir... Oh, natürlich. Lass mich raten. Kommt von hier aus nicht da hinten weiter? Nein, okay. Zurück gehen habe ich kein Wort. Das heißt, Melek bekommt nicht alle Auslöser auf jeden Stände. Was schade ist, was allerdings hoffentlich gut ist, ist, dass ich wirklich die verdammte Ruhenwurfklingel gebraucht habe. Und wie es mir scheint könnte ich eigentlich wenn ich die Feinde stärker below halte, auch wieder... Ich sag schon auf Normalschreiken. Kein Dränger, dann habe ich ja schon eine gute Art ausgewählt. So, dann, äh, Stoomskamp. Auch zu blöken? Oder war das kein Blocken? Ich hab... Das ist aber komisch aus. Brennst du endlich mal? Der feld brennt schon hier zur Zeit. Dann stirb doch auch mal. Bis es einfach immer noch paralysiert ist oder gelähmt oder was auch immer. So, Designed Up. Schwarzer Ring. Ja gut, wir geben jetzt keine FP, aber Erfahrung. Das heißt, Hubert braucht ein bisschen, um den Titel zu meistern. Aber gut. Ab in die nächste Ebene. Ach, die Teleportationsdauer wird nicht als Zeitstopp gewertet. Interessant. So, hier ist keine Kiste. Ist da oben die Kiste? Nein, ist da oben die Kiste. Ja, okay. Aber ich muss trotzdem noch nach unten, weil da wahrscheinlich der der Gang ist. Ja, danke. So, bin ich mal gespannt. Maleksebene. Eigentlich müsste, oder beziehungsweise es ist ja eigentlich random, welche Items man bekommt. Aber die Pipinato war ja Maleksebene. Jetzt müsste ich eigentlich darauf achten. ist, oder sind die Gegner, die man hier treffen kann, irgendwie ein bisschen abhängig davon, was die Fun-Waffen eigentlich sind. Weil wir haben an sich ja den Pipinato. und Schaschlik-Spieße, aber ja gut, Schaschlik-Spieße, da gibt es jetzt auch nicht wirklich irgendetwas. So, was habt ihr eigentlich beschwerteriert. Wie er hat's. Sehr gut, ne? Ja, theoretisch kann ich gar nicht so höher scheiden, aber wie gesagt, wir lassen es mal einfach der Schnelligkeit zahlbar. Einfach nur deswegen. Weil wir haben an sich schon genug auf Chaos gespielt für den LP, für den First-Time-Run. Normalerweise sollte ich sagen, ich mach Story und dann fertig, aber dann wären wir jetzt nicht längst auf dem Level, ich hab gerade rausgegangen. Nicht auf dem Level, den wir gerade wären, äh, sind, sondern noch, noch viel weniger. Ey, kannst du mal die offene Gegner aus meiner Range zuschlagen, weil ich will schon gerne die Gegner hier so schön verdrängt, wie es geht. So, wir haben hier noch ein paar Gegner. Ein paar, nicht mehr viele, aber ein paar. Hm. Aber ein welcher Hielbinder. Das Fähenschwert hat leider nicht mehr gereicht. Komm, wir reich, weiter. Imelsson, du glaubst, du glaubst, das Richtige als für dich, aber was schaden. Kiech, das heißt, ich brauch halt auch wieder einen, verdammt, Level Mixer, Aufladung, Möglichkeit. So, sind wir hier jetzt schon beim Boss, sieht, äh, ein bisschen danach aus. Nicht. So, ich drück den Knopf und bekomme jetzt einen Gegner. Wow, ich hab glücklich, ich bekomme die ganze Zeit, wirklich die ganze Zeit. diesen Typen. Die vernannten Trudels. Dann nehmen wir noch einen mit, bevor wir gerade gehen. Ich sag mir, Trudeln, das ist eine Sackgasse hier. Das wäre nämlich nicht so schön. Aber ich muss sagen, er kämpft, campen geht, wenn man die feinde Stärke auf 100% hält, aber am Anfang schadet man ja meistens mit 125, da ist das nicht gerade einfach, den ersten Kampf zu machen. Aber man könnte sich theoretisch später so sagen, wenn man mal leveln will. Man geht in diesen Dungeon, dann packt, jetzt habe ich die Möglichkeit für den Camper-Modus von Sophie weggenommen. Naja. Macht die ersten Kämpfe auf einer Ebene, wo es gut läuft, kein Messerat ist. Danke. Schalten wir auf einfach und dann immer höher und mal gucken, wo es endet und dann kann man leveln. Das geht schon ganz einfach, denke ich. So, Lava-Roma. Mh. Moment, ist das jetzt wirklich nur eine Sackgasse? Komm schon, Spiel. Bin ich direkt in die Sackgasse gegangen. Naja, anders gesagt. Ey, so fehlt mir nicht. Ne, Items, die ich hätte eingebauen können. Das ist doch noch schöne Hauptschuss für Kriegenstände mitgenommen, die ich definitiv brauche. Neckerlava, genau du sagst es. Wogegen seid ihr an dem Arzt? Dann solltet ihr vielleicht Arzt machen und mich nicht auflassen lassen. Du bist kein Tipo. Tipo ist viel besser als du. weg. Glocken brauchst du auch nicht. Ja, soweit in der Luft. Schön, dass wir dich da überhaupt noch treffen können. Gab ich überhaupt treffen? Ja, danke. Immerhin schöne Erfahrungspunkte. Ich könnte keine FP oder Guide bekommen. Für diese Ebene ist definitiv besser Guide nicht fürs Level, würde ich mal behaupten. die andere war ja eher mal für alles Mögliche. So unten war der Durchgang. die Love schmeckt. Weiß nicht, probiere es selbst aus. Ich habe gehört, das soll sehr, sehr, sehr heiß sein und schmackert. Komm schon, darf ich jetzt mal zum Besten kommen? Wobei wir gerade noch sehr gut in der Zeit sind. zum Glück. Wenn schon, Elvish Wende von den Gegnern noch mal schön den eigenen Kram rausbekommen. Art, anfällig, der neue sollte vielleicht auch Arts machen. Wäre immer noch nice. Die gehen wirklich schnell weg. Also, ich denke mal, Levin wäre hier sehr schön. Also, die gehen schnell weg. Die geben 24.000 Erfahrungspunkte. Da sollte ich nichts zu sagen. Aber okay. Die sind doch schon in der zweiten Ebene, oder? Ich bin der Meinung, ich habe mich teleportiert. Ich war genau hier hin. Da oben war die Kiste, ne? Das heißt, hier unten ist dann der richtige Gang irgendwo. Ganz unten. Ja. So, dann bin ich mal gespannt, welcher Gegner uns jetzt an den Kopf geworfen wird. Aber erst mal, wenn ich einen normalen Gegner haben, damit die feinde Stärke nicht unendlich hochgeht. Danke. Da war eine Kiste. Ah, so. Oh, da drach ich auch wieder da. Joa, ich denke mal, bei dir mal hier sagt jetzt. Oh, jetzt habe ich auf einmal zwei bei mir. Zack, zack, zack. Okay. Jetzt kann ich zack, zack machen. Jetzt macht Q-Gard wieder. Komm. Schön, bevor der Boss da ist, nochmal die Leiste leeren. Dann ist es gut. Nimm ein etwas. Nur deine stirbt nicht. Auch gut. Du warst da, dann können wir weitermachen. Oh, wow. Don't interrupt me, please. dafür wird mal ein Goodie-Job gemacht. Das gab fast so viele Erfahrungen mit dem Boss eben. Ja, dann bin ich jetzt Level 88, ne? Jetzt sind wir Level rechts geworden. Ne, sogar 89 schon. Wow. So, dann drücke ich erstmal hier rauf. und bekomme schon wieder ein Hürde. Sag mal, was ist denn das hier? Aber wir sind immerhin bei 2341 Elif jetzt. Das heißt, wir haben schon beinahe 100 Elif gut gemacht. Haben wir noch keinen Silber hin. Mann, Mann, Mann. Okay, dann geht's da oben weiter. Ja, und ich glaube, für die Aufnahme muss ich jetzt mal gucken, ob ich das wirklich entfernen kann. Weil die Aufnahme hört, glaube ich, den verdammten Glückentfälter. Also, wir haben die Skampflüte oder Zange, würde ich sagen. Waufen. Es kam nur mit Blut. Um überhaupt irgendwas zu machen, so, war der noch ein Gegner? Ich hoffe nicht. natürlich stirbt erstmal noch nicht davon, aber das war kein Gegner mehr da. Ja, so, CDF aus, Punktio. Alles gut. Das war eine Detailarm-Scherbe. Detailarm-Scherbe ist nice. Es gibt acht Werte auf alles. So, wo ist denn hier die Kiste? Hier unten nicht. Och, nö. Also, ich kann mich jetzt an den Typen rächen von eben. Das ist da auch nicht. Weil der Typ hat ja den Baseball-Schläger benutzt. Das ist nicht schön. Aber bevor wir in den Bosskampf gehen, brauche ich noch normalen kann. Du, du stehst da echt davor. Das heißt, ich werde wahrscheinlich ganz schön viel Spaß haben. So, wenn ich euch da gerade beide treffe, immer her damit. Oh, der eine ist auch schon fast wieder down. So. Und noch schöner Arzt. Ja, ne. Schon die gerade klingende 1800 Schaden ist auch mitwirklich irgendwas. Wenn er richtig trifft, dann 3000 noch was. Zwei Gegner 100 Tausender Verantwortungspunkte. Also, das ist schon nice. Na, du Typ mit Baseball-Schläger. All dem Trainingsantrieb. Okay. Ähm. Er legte den Kopf nach hin und begann alle zu prahlen an. Allher wird von dem lauten Mann erschreckt und steigt die Gruppe stumm an. Hähnchen als Vorspann. Der Aroma, die Texture, die mochte Suckulenz, die auf deiner Kinn wie fischig Hähn. Du, Sir, bist kein Hähnchen Hähnchen als Vorspann. Ich glaube, du warst nicht in Windor. Äh, nicht aus Windor? Ja, genau. Hähnchen als Vorspeise und jetzt kommt der Hauptgang Aal. Aal, Herz und der Lippe beginnt zu zittern. Als er schließlich spricht, ist nur ein Flüstern zu hören. Oh, Gentle Eal sagt, das ist nicht wahr. Er sagt, er hat ein Börsegertifikat und alles. alle mit Geburtsurkunden, alles klar. Lüge, Sir, verdammt Lüge. Ich kann sagen, dass du aber ein kreisiger Eal. Wow, was für ein Verbrechen, Leute. Ähm, Arme Aal her. Nova Aqua verbrennen. Dann brenn mal. Schön gegrillt. Denn ich habe immer gerne gegrillten Aal gegessen. Ach schade. Die Komme war schon wieder weg. So, verbrennen. Wieder erstmal. Oh, komm, Leute. Warum war die Kombo jetzt nicht weitergemacht? Ich will mal wieder eine 50er-Kombo haben, ihr Leute. Das ist wichtig. Danke, danke, danke. Nicht danke. Guck einfach nicht mehr. Dann blockt er auch wieder. Hm. Okay, HP hat er ja schon mal. Das kann ein bisschen dauern anscheinend. Je weiter wir hochkommen, umso länger wir sowieso dauern. So, dann beschleunigen wir das ganze Spielart hier. Doch komm, block doch nicht. Du bevorzugst gerne, Heringen oder Flutwelle. Ich bevorzuge kein Meeres hier. Boah, ja komm, bitte, bitte, bitte. Ja, komm, jetzt nur noch den Ende-Schub am Dauernden-Kombo. Hätte ich jetzt schon mal die 75-Kombo-Mystic-Art-Titel, klar, dann könnte ich jetzt mein drittes Mystic-Art-Kombo machen, aber... Verdammt, ich hatte das andere, hatte ich schon. Egal. Okay. Die Hälfte haben wir bald. Vor allem sieht das noch nicht mal aus wie die Hälfte. Wahrscheinlich ist es wirklich das Volumen gemeint. Ich glaube, wir sollten weg, falls die Mystic-Art-Kombo will, will ich nicht mit euch allen getroffen werden, aber zum Gekarmen-Teil. Jetzt haben wir schon easy wieder was. Wegen dem Tempo-Modus von Huberth. Hmm. Wo es mir jetzt so auffällt, ne? Das ist Rasengan 2.0. Super. Okay. Oh, die Hälfte haben wir. Nochmal ein bisschen verbrennen hier. Ach, war, habe ich jetzt leider nicht mehr. Können wir aber schnell ändern. Tutututututu. Mordlich frei ist. Okay, wir wollen ja schon so die Schwäche schon ein bisschen ausnutzen. Wir wollen ja nicht, dass es allzu lange dauert. Was ist das für eine Attacke? Danke, Nova. Dann machen wir nochmal Verbrennen drauf. Bisschen weniger Zirkel für Aqua. Ich hoffe, alles. Ah, schon wieder nicht mehr. Also man merkt, das ist, es ist ein Aal. So, ich verbrenne. Ach, Mann, ey. Ich bin halt Aqua, jetzt verbrennen. Nova ist zwar auch, aber jetzt noch einfach mal Nova. Kickt sie doch nicht immer aus, meinen Angriffen. Ich bin grad nicht, ob der... Oh, bricht doch Charity ab, Mann. Verbrennen. Oh, wow. Jetzt fängt er an. So, Sophie, bitte aktiviere deinen Mystic Art auf. Please. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Gar doch. Gibt's für euch. Wenn ihr Temposchutz verwendet, benutzt das Mystic Art. Soll helfen. So ein bisschen, dann machen wir halt unsers nochmal drauf. So, das sollte funktionieren. Ich hatte grad schon wieder Angst, dass es nicht klappt. Ja, 9000. Wie ihr seht. Das waren die Kriegschaden, aber nicht. Jetzt kommt die Elephant. Alter, diese Dance-Moves von dem. Ach, du einiges bisschen. Diese Dance-Moves. Zum Glück kaum... Was heißt zum Glück? Eigentlich will ich ja sein, sein Mystic Art sehen. So, ich meine, warum... Warum nicht, ne? Aber... Wenn er nicht will, will er nicht. Und das nehme ich meine Kombo. Na, ich finde... Na, ja. 88er Kombo. Wir kriegen keine... Keine 100er Kombo. Und, äh, schon gar nicht mit Kill. Ach. Was, du schleudest dich jetzt nicht zu uns? Was ist das denn? Leidegefälligste Verbrennung. Geht auch nicht auf Charrier. Die mag Hühnchen. Keine Ahle. Ah, helleschön. Sehr nice. Schade, die Leiste ist noch nicht auf 3 geworden. Ich wollte meine Mystic Art wieder machen. Keine Ahle, das ist doch schon wieder halt toll. Ja, ne? Kannst du mal damit aufhören? Das tut dir ein bisschen weh. Zum Glück habe ich ja mehrere Highland-Team, ne? So genau zu sein, 3 Stück. Ja, komm. Tränen wir bis auf die letzten Harki. Ja, die 4.000 Leben, ne? Die sind jetzt auch Geschichte. Hoffentlich. Danke. Es gab jetzt nicht so viele Erfahrungspunkte und FP. Und galt. Eigentlich alles nicht so viel. Und jetzt bekommt Hübert die Titel. Wow. Jetzt, wo man sie nicht mehr braucht. Ahl Herr, dessen Augen von fischigen Tränen überquellen, spricht mit stockender Stimme. Ja, ich... Oh, so... Er sagt, er sei Dank. Er wusste nicht. Seine Mutter hat ihm gesagt, er war spezial. Und er hat immer nur das glaubt. Warum auch immer. Ja. Aber man, dieser Eckstangineer. Gut. Das heißt, wir sind mit der Ebene auch fertig. Dann geht's im nächsten Partei in die nächste. Ich guck gerade mal. Jetzt kommt, glaube ich, erst die 8e. Ja. Gut, das heißt, zwei Ebene haben wir noch vor uns. Ich sage, bis zum nächsten Mal. Bis dann, für Spaß und Tschüss. Bis dann. Ja. Vielen Dank.